Das Koordinatensystem Das ist ein Koordinatensystem. Das Koordinatensystem Ein Koordinatensystem besteht immer aus der x-Achse und der y-Achse. Ich schreibe die Bezeichnungen x und y immer an die Achsen. Die Achse Die beiden Achsen sind wie zwei Zahlenstrahlen und auch so beschriftet. Die Achsen schneiden sich im Nullpunkt. Der Nullpunkt Man sagt auch der Ursprung. Wie trage ich einen Punkt in ein Koordinatensystem ein? Ich habe den Punkt A mit den Koordinaten 3 und 5. Die erste Koordinate ist immer die x-Koordinate. Die zweite Koordinate ist immer die y-Koordinate. Ich betrachte zuerst die x-Koordinate. Die x-Koordinate gibt mir die Lage des Punktes auf der x-Achse an. Ich zeichne eine senkrechte Hilfslinie durch den Punkt 3 an der x-Achse. Die Hilfslinie Jetzt betrachte ich die y-Achse. Ich zeichne wieder eine senkrechte Hilfslinie zur y-Achse durch den Punkt 5. Der Punkt A liegt genau auf dem Schnittpunkt der beiden Hilfslinien. Der Schnittpunkt Ich kann mir die passenden Achsen zu den Koordinaten so merken. Ich gehe erst zum Fahrstuhl und dann fahre ich hoch. Ich kann in einem Koordinatensystem auch eine Achsenspiegelung durchführen. Die Achsenspiegelung Das ist die Spiegelachse. Auch die x-Achse oder die y-Achse können Spiegelachsen sein. Der Punkt, den man durch die Spiegelung gefunden hat, nennt man Bildpunkt. Der Bildpunkt Ich markiere die Bildpunkte mit einem kleinen Strich. Spiegeln Ich spiegle den Punkt an der Spiegelachse. Wie spiegle ich eine Figur im Koordinatensystem? Wir haben ein Dreieck und die Spiegelachse im Koordinatensystem. Jetzt halte ich die Nulllinie von meinem Geodreieck an die Spiegelachse und schiebe das Geodreieck so lange, bis ich den Punkt erreiche. Nun messe ich den Abstand und trage den gleichen Abstand auf der anderen Seite der Spiegelachse ein. Danach beschrifte ich den Bildpunkt und führe dasselbe mit den anderen Punkten durch. Zum Schluss verbinde ich die Spiegelpunkte miteinander und lese die Koordinaten von den Spiegelpunkten von dem Koordinatensystem ab. Dabei lese ich zuerst die x-Koordinate und dann die y-Koordinate ab. Mit einem Spiegel kann ich das Ergebnis überprüfen. Die beiden Figuren müssen deckungsgleich sein. In der Mathematik nennt man das kongruent. Die Figuren sind kongruent zueinander. Ich kann in einem Koordinatensystem auch eine Punktspiegelung durchführen. Die Punktspiegelung Ich führe die Punktspiegelung einer Figur am Zentrum durch. Das Zentrum Ich bezeichne das Zentrum mit z. Aber wie spiegle ich eine Figur an einem Punkt? Ich lege das Geodreieck mit dem Nullpunkt an das Zentrum und drehe das Geodreieck so lange, bis ich einen Punkt erreiche. Drehen Ich drehe das Geodreieck. Jetzt messe ich den Abstand von dem Punkt zum Zentrum und trage den gleichen Abstand auf der anderen Seite ab. Abtragen Ich trage den gleichen Abstand ab. Dasselbe mache ich mit den anderen Punkten der Figur. Dann verbinde ich die Bildpunkte so, dass die beiden Figuren kongruent zueinander sind. Jetzt kann ich die Koordinaten der Bildpunkte ablesen. Wir fassen zusammen. Ein Punkt in einem Koordinatensystem hat eine x-Koordinate und eine y-Koordinate. Ich lese zuerst die x-Koordinate und dann die y-Koordinate ab. Ich kann in einem Koordinatensystem auch Achsenspiegelungen durchführen. Oder ich führe eine Punktspiegelung durch, indem ich eine Figur an einem Spiegelpunkt spiegle. Alle Vokabeln und passende Übungen findest du direkt in Deutschfuchs. Ich kann in einem Koordinatensysteme ausführen.